Musik über unseren Campingplatz, wenn wir am Abendessen sind. Das ist Amerika, das ist Wildlife. Wie geil ist das denn? Johanna ist irgendwo keine Ahnung. Ich habe mich nur ins Auto reingeschmissen. Die Leute sind nur hinter dem Auto gewesen und haben fotografiert. So krass. Und der geht jetzt hier einfach mal den kompletten Campingplatz ab. Alleine. Also, ist total irre. Wie geil. So ein Erlebnis. Das ist so cool. Ja, bis später. Ja, bis später. Ja, bis später. Und das letzte Mal, als ich gefilmt habe, habe ich euch die Ace gezeigt, die über unseren Campground gelaufen sind. Heute sind wir jetzt kurz vor dem Yellowstone National Park und Johanna hat uns einen super Campground organisiert, und den zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier wären wir jetzt für zwei Nächte und dann geht's morgen für uns in den Yellowstone National Park und dann werden wir mal schauen, was das da so machen. Und dann werde ich euch da wieder mitnehmen. Also viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!